Herzlich willkommen zur mittlerweile 8. Folge von Mike Spiegelt spricht durch Spielpolitik und heute geht es mir um die Themen, die Diskussion um die allgemeine Dienstpflicht, was halte ich davon, ist das überhaupt umsetzbar, dann geht es um die deutsche Post, wie ist es um die Finanzierbarkeit dieses Konzerns bestellt und welche Rolle spielt der Konzernchef Apple in diesem ganzen Spiel und schließlich dann noch die Parteispenden. Wer bekommt von wem wie viel und warum? Und falls es noch nicht gemacht hat, abonniert den Kanal, lasst auch gerne ein Like da, damit unterstützt ihr mich und meinem Kanal und kommentiert auch fleißig, denn ich greife sehr gerne die Themen auf, die euch am Herzen liegen und daher lohnt sich das Kommentieren definitiv. Und damit ab zum ersten Thema. Und damit zur allgemeinen Dienstpflicht. Ja, was sieht diese eigentlich vor? Nach der allgemeinen Dienstpflicht müssten Männer und Frauen nach dem Abschluss ihrer Schullaufbahn mit 18 dann einen Dienst in der Bundeswehr oder anderen Einrichtungen tätigen. Das zum Beispiel im THW noch oder halt in der Gesundheitsvorsorge oder beispielsweise der Pflege. Der Grund hierfür ist, dass mehrere CDU-Bundestagsabgeordnete sich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht eingesetzt haben, die ja 2011 aus Kostengründen abgeschafft wurde. Die Generalsekretärin der Unionsfraktion, Karrenbauer, griff nun diese ganze Debatte auf und hat das Ganze mehr oder weniger umformuliert in eine Forderung nach einer allgemeinen Dienstpflicht. Demnach sollten auch gerade junge Menschen dazu animiert werden, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen und frühzeitig halt Verantwortung zu tragen. Noch ein Zitat eines CDU-Bundestagsabgeordneten aus NRW, nämlich dem Herrn Sensburg, der sich wie Volk dazu geäußert hat, wir brauchen die Wehrpflicht und sie soll für Männer und Frauen gelten. Jetzt komme ich zu meiner Kritik, warum ich denke, dass das eine Scheimdebatte ist und keine wirkliche Debatte, die auf tatsächlichen Bedürfnissen fußt, nämlich die Rolle Deutschlands in der Sicherheitspolitik hat sich seit Ende der Wehrpflicht deutlich verändert. Dort ist nämlich aufgrund dessen, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, ganz neue sicherheitspolitische Herausforderungen angetreten. Es geht nicht mehr um die Konfrontation zwischen Staaten primär, sondern innerhalb eines Staates durch auch paramilitärische Gruppen und terroristische Vereinigungen. Zudem ist dieses Vorhaben auch in der Union selbst umstritten. Der verteidigungspolitische Sprecher Otto sagte zum Beispiel, das Ganze würde den politischen Herausforderungen der heutigen Zeit gar nicht mehr gerecht. Zudem ein wesentlicher Punkt, der gegen diese allgemeine Dienstpflicht spricht, ist, es ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Wehrpflicht als solches ist im Grundgesetz verankert, beziehungsweise auch die Möglichkeit, stattdessen einen Sozialdienst zu leisten. Eine allgemeine Dienstpflicht hätte allerdings den Zwang zur Folge, der nicht im Grundgesetz verankert wäre, das heißt, es wäre verfassungswidrig und könnte nur umgesetzt werden, wenn tatsächlich das Grundgesetz geändert würde. Dafür bedürfte es allerdings eine Zweidrittelmehrheit, die derzeit im Bundestag nicht absehbar ist. Zudem, auch ein wesentlicher Kritikpunkt, wie ich finde, könnten diese Dienstler gerade im Gesundheitsbereich und in der Pflege dafür sorgen, dass die notwendige Debatte um die bessere Bezahlung und die bessere Personalsituation in der Pflege ausgelagert wird. Das will ich damit sagen, vor allem dahingehend, dass diese Dienstler natürlich wesentlich günstiger sind, als wenn ich jetzt festangestellt Fachkräfte einsetze. Und das ist in meinen Augen wirklich kritikwürdig, weil man sich so der aktuellen Herausforderung entzieht und man quasi von hinten versucht, eigene Verfehlungen dadurch zu vertuschen, dass man eher über die allgemeine Wehrpflicht diskutiert. Davon lenkt man dann ein bisschen ab, dass die Union nicht ganz unschuldig ist an den aktuellen Verfehlungen in der Pflege. Aber was denkt ihr dazu? Meint ihr, das ist gerechtfertigt, die allgemeine Dienstpflicht muss kommen? Oder sagt ihr, naja, die Bundeswehr ist heute zu spezialisiert in einzelnen Bereichen, gerade IT-Cybercrime, dass da eine allgemeine Pflicht gar nichts mehr bringen würde? Zudem gibt es ja die verschiedenen Dienste, gerade das ökologische Jahr, das soziale Jahr und so weiter. Und das Ganze lenkt letztlich für den Verfehlungen der Pflege ab. Schreibt es in die Kommentare und ich bin gespannt, was ihr dazu anzumerken habt und freue mich auf eure Anregungen. Zum zweiten Thema und damit zur Deutschen Post. Die Deutsche Post hat im zweiten Quartal dieses Jahres einen Verdienst von, in Anführungszeichen, nur 516 Millionen Euro aufzuweisen. Das ist trotzdem ein Umsatzplus von 1,4 Prozent und allerdings ein Verlust des Gewinns von 11 Prozent auf 747 Millionen Euro. Und der Konzernchef Apple gedenkt nun, seinen Konzern wieder fit zu machen, indem er vor allem Stellen abbaut und Investitionen tätigt. Aber, und jetzt komme ich zu meiner großen Kritik an dem ganzen Vorhaben, es wurden allein im zweiten Quartal 2018 51 Millionen Euro für Vorruhestandsregelungen in dem Konzern ausgegeben, die sich gewiss, denke ich mal, nicht jeder leisten kann, sondern dass das vordergründig die oberste Riegel betrifft, die sich das entsprechend auch leisten kann, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Der Konzernchef Apple darüber hinaus, und das ist keine von mir erfundene Zahl, sondern das fußt auf einem Bericht der Hans-Böckler-Stiftung, und die kommt im Jahr 2018 zu dem Schluss, dass Apple 232 Mal so viel verdient, das ist wirklich heftig, muss man sich mal überlegen, was das heißt, 232 Mal so viel wie der durchschnittliche Angestellte bei der Post. Und jetzt könnte man denken, okay, der Umsatz geht zurück, er selber nimmt sich entsprechend auch ein bisschen zurück. Und die Aktionäre kriegen halt weniger Boni. Das ist aber auf keinen Fall so. Sondern die Aktionäre bekommen halt ihre Boni, die Vorstandsriege bekommt eher noch ein Plus, und die einfachen Angestellten, in Anführungszeichen, die müssen dann dafür bluten. Und ja, das halte ich, gerade diese Differenz, absolut nicht gerechtfertigt, vor allem im Hinblick auf die Argumente, die häufig sehr gebracht werden, höhere Verantwortung, größere Kompetenzen. Natürlich muss man berücksichtigen, dass der Herr Apple nicht bei alles gut Glück an diesen Post gekommen ist, und dass da natürlich ein Stück Verantwortung dran hängt. Man darf allerdings nicht vergessen, dass er auch die Verantwortung dafür trägt, dass, wenn auch was schief läuft, die Leute natürlich an erster Linie an ihn herantreten, um Besserungen zu verlangen. Und wie gesagt, ich finde, er selber sollte sich mal beschneiden. Das stellt ihn keinem Verhältnis mehr zu der Verantwortung, zu irgendwelchen Gründen, die da im Raum stehen. Ich halte das Ganze für nicht angemessen. Und ja, würde mal gerne eure Meinung wissen. Was haltet ihr davon? Haltet ihr das Ganze für zukunftsfähig? Müsstet ja der Bund als Anteilseigner an der Deutschen Post viel stärker intervenieren und sagen, hey, also irgendwo müssen wir die Managergehälter mal deckeln, das ist ja ursprünglich auch mal geklant. wo aber nicht weiter verfolgt wurde. Oder sagt ihr, naja, das ist halt nun mal so, es gibt konjunktuale Aufschwungphasen, es gibt wieder auch prezessive Phasen. Und deswegen kann man sagen, na gut, das gehört dann irgendwo dazu. Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare und ich bin sehr gespannt auf eure Anmerkungen dazu. Zum letzten Thema und damit zum Parteifinanzierung respektive den Parteispenden und der Frage nach natürlichen Gegenleistungen. Grundlage hierfür und auch für die Grafiken, die ich euch einblende, sind erst mal die ersten sieben Monate dieses Jahres, aber dann später auch die Zahlen zu den Informationen aus den Jahren 2016 und 2017. Für diejenigen, die es interessiert, ich habe das Ganze in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch also gern noch mal zu Genüte führen, sind auf den Seiten des Deutschen Bundestages einzusehen. Die Union hat dieses Jahr bis dato am meisten profitiert. Er hat nämlich Spenden in Höhe von rund 710.000 Euro erhalten und das Ganze aus sieben Spenden mit mindestens 50.000 Euro. Die SPD kommt auf eine Spendensumme von 200.000 Euro, die sich aus zwei Spenden zusammensetzt. Der SSB, das ist für diejenigen, die es nicht wissen, eine Minderheitenpartei, der Südschleswig-Holstein antritt und auch von der Fünf-Prozent-Hurde ausgenommen ist, der hat durch drei Spenden 355.000 Euro verbuchen können. Die DKP, also die Deutsche Kommunistische Partei, hat durch eine einzige Spende 352.000 Euro bekommen. FDP, Grüne, Linke und der AfD hatten keine Spenden, die zumindest über 50.000 Euro liegen. Warum reiht sich so oft 50.000 Euro rum? Ab dieser Grenze werden die Spenden meldepflichtig. Das heißt, alles, was unter 50.000 Euro ist, muss im Bundestag nicht als Spende gemeldet werden. Das heißt aber nicht, dass de facto keine Spenden geleistet werden. 2017 schaut man sich da die Zahlen an. Ich habe euch auch eine Grafik eingeblendet, die ich selber erstellt habe. Hat die Union 2 Millionen Euro an Spenden eingenommen. Die SPD ca. 100.000 Euro. Also deutlich weniger, könnte man sagen, der wird Andrea Neulis sicher enttäuscht sein. Die FDP 1,56 Millionen Euro. Die Grünen 100.000 Euro. Und der Südschleswigische Wählerverband 360.000 Euro. Diese Spenden für den SSW resultieren ausschließlich aus Zollungen des dänischen Unterrichtsministeriums. Grund, warum diese Beträge so exorbitant höher sind, als sie das beispielsweise 2016 oder auch 2018 bisher waren, sind die Bundestagswahlen. Denn da versuchen die Unternehmen vordergründig nochmal, die jeweiligen Parteien zu unterstützen mit finanziellen Spenden, die dann entsprechend stärker Wahlkampf machen können, besser mit jährlich auftreten und damit vielleicht sogar größere Stimmgewinne verzeichnen können. 2016, jetzt nur mal bezogen von Januar bis Juli, also in der Grafik habe ich euch dann nochmal das gesamte Jahr auch nochmal eingearbeitet, hat die Union von Januar bis Juli 527.000 Euro an Spenden bekommen. Die SPD 100.000, die FDP ist nicht verzeichnet, genauso wenig wie AfD und Linke. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass die keine Spenden erhalten haben, sondern lediglich, dass die unter 50.000 Euro geblieben sind, die Spenden. Grünen 300.000 Euro und der SSW zwei Spenden von jeweils 118.000 Euro. Jetzt komme ich zum Thema, wer spendet eigentlich? Wenn man sich anschaut, das sind zumeist Privatpersonen, wenn man sich das so anschaut, bis auf wenige Ausnahmen. Die Daimler AG ist ja zum Beispiel gut vertreten bei Union und SPD. Bei Grünen ist es vorrangig ein Vermögensberater, der dort auch gerne mal 300.000 Euro spendet. Der SSW, wie gesagt, vom Unterrichtsministerium in Dänemark. Und die FDP erhält unter anderem von den Helios-Kliniken Spenden. Bei der Union findet sich zum Beispiel der Dr. Quant, wird vielleicht den ein oder anderen ein Begriff sein, das ist von BMW, der Vorstellungsvorsitzende. Daimler gehört noch mit dazu, die Trumpf AG und genauso die Althana AG. Bevor ich zu meiner Wertung komme, noch ein Zitat eines Daimler-Mitarbeiters zur Parteifinanzierung. Warum macht man das Ganze? Mit Spenden unterstützen wir die politische Arbeit der Parteien, wie es unser Grundgesetz vorsieht. Ich möchte, damit komme ich zu meiner Kritik, dem vehement widersprechen. Das Grundgesetz sieht sicherlich vor, dass man Parteien unterstützen kann, im Sinne von aktiver Mitarbeit, im Sinne von Mitgliedsbeiträgen, sonstigen Tätigkeiten. Es hört aber dort in meinen Augen auf, wo ich ein Abhängigkeitsverhalten erschaffe. Wo ich dadurch, dass ich Spenden in durchaus hoher Summe, wie das beispielsweise bei Union, SPD, aber auch FDP und Grünen der Fall ist, und wahrscheinlich auch bei AfD und Linke, die gewisse Abhängigkeiten generieren. Das heißt, Unternehmen machen das ja nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern die möchten ja entsprechend was bekommen, als Gegenleister. Und interessant ist in dem Zusammenhang, zum Beispiel, wenn ich mir angucke, 2017 war der Diesel-Skandal. Daimler und BMW haben dort gespendet. Ein Schelm, wer danach fragt, warum auf einmal keine Klagen oder Forderungen nach Hardware-nahepostungen im Raum stehen. Ich, wie gesagt, prinzipiell finde, dass Wirtschaftsunternehmen überhaupt keine Spenden an Parteien leisten sollten, um die Unabhängigkeit der Politik und letzten Endes der Entscheidung zu gewährleisten, aber genauso wenig Privatpersonen, die in der Wirtschaft tätig sind. Das heißt, die sollten dann eine Karenzzeit einhalten von, was weiß ich, fünf Jahren und danach durften sie dann spenden, weil sie entsprechend raus aus der Wirtschaft seien, sofern sie dann nach Ruhestand gegangen sind. Aber was meint ihr dazu? Ich habe oben in der Infobox eine Umfrage. Was meint ihr? Sind Parteispenden von Wirtschaftsunternehmen notwendig, weil die sich aus Mitgliedsbeiträgen und kleineren Spenden nicht finanzieren könnten? Oder meint ihr, das ist Lobbying, das ist Beeinflussung der Politik und die Unabhängigkeit der Entscheidung wird somit eigentlich so gut wie möglich gemacht? Schreibt es in die Kommentare und stimmt ab. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Thematik denkt und bin damit auch schon wieder am Ende angelangt. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder zur nächsten Folge von Mike spiegelt schrägsteig spielt Politik.